willkommen zurück zum let's play final fantasy 8 ich habe hier einen kleinen stargast wenn man so will das ist meine kleine spiky und die tut echt das was sie will du kannst dich auf mein pc das einzige wovor ich angst ist dass mir mein herz knabbert hier spielt die musik vor gespeichert haben wir sonst könnte ich ja jetzt nicht laden und wie sieht die koppelung eigentlich aus dachte ich mir und jetzt ist sie hier stärke zauber kurze kattel stärke jetzt setze mir meine kaputte wenn ich das richtig merke aber haben wir erst mal diabolos ja sie kitzelt ziemlich viel ja ja garbeet ja 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 Angriff Angriff Spiky Spiky Hey Auf die Schulter Auf den Schreibtisch kommst du nicht Dich krieg mir nicht mehr hinterm Monitor raus Wenn du einmal da bist Klammer Moment, ich bring sie mal zurück Jetzt Alles klar Du bist mir nur einer Ich möchte zurück Ok, ich bring sie doch zurück Kleinen Moment So, jetzt bin ich wieder da Wie man sieht Und 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 Draw Und Das war knapp Und 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 auch mein klein lieber freund darf die zeitland dann 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 auf dich habe ich gewartet mein klein oh Jetzt bin ich beim Fuget-Ton. Mega wieder mega 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 Das wird die Leitung Denn jetzt bin ich wieder voll und bin mit allen. Und ich hau noch ein Multi rein. Perfekt mit Kopfspalte. Na? Oh, das war mein Typ. Ich könnte so lange jetzt auch nicht mehr aushalten, denke ich. Also tut das auch nicht weh. Und komm, geh zu Boden. Und schlaf mal noch mal runter. Aber das war eins meiner oder unserer sechs Haustiere. Wie gesagt, ich wohne ja hier mit meinem Arm. Und wir haben insgesamt sechs Haustiere in jeder Wohnung. Drei Katzen und drei Ratten. Und viele haben ja Probleme, wenn die jetzt Ratten in der Wohnung kommen. Aber die sind total niedlich. Level Up, die Knochen. Genau so macht man das. Äh, ne. GF. Du darfst... Na gut. Lern erstmal das. Du brauchst noch elf. Und du noch 19. Und du noch 20. 14. Wir sind amod. Also... Wir sind amod. Wir sind amod. Aber wir sind amod. Dort würde ich sagen. Und dann machen wir mit der Geschichte weiter... Aha. Geutet... Und... Hine... Wollt ihr... Hine... Das gibt jetzt 4 AP Stechraube 2 und dann noch 2 Weißkäfer auch nochmal 2, also 4 Noch 5 solcher Gegnerkombinationen dann habe ich 20 AP gesammelt, aber es kommt nie so, wie man es will und den Part werde ich wahrscheinlich Archidinos oder sowas, irgendwas einfallsloses denke ich 4.000 Gelder Obwohl ich kann ja auch nochmal Tutorial Test Ja, mit Draw kann man einen Zauber von Gegner sehen Gav bedeutet Garden Fighter Ich dachte, Goalien Force oder so Also nein, es gibt insgesamt 8 Elemente Ja Je höher der Stärkewert, desto stärker der konventioneller Ja AP-Kopplung ist eine Koppelungs-Apility Welche Abilities eine GF-Land ist durch Zaubern wird ein P9 Der Name der Ja Die GF-Land steckt durch AP Verdamm Egal P3 Steller wird nicht alles Es gibt nämlich einige Fragen, da bin ich mir nicht sicher bei den Antworten hat man vielleicht sogar gemerkt aber so ist es nun mal sehr viel muss auf jeden fall auch noch stärker werden das ist auch mein späteres team denn das team behalte ich meistens bei weil wir so ich mag das team sagen wir so ja Meine Haare müssen echt schlimm aussehen bestimmt. Na, was war's? Copy. Ability. Jetzt mach ich 20% mehr... äh, schade. Ah, noch nützlich drauf. Hm, ich will meinen neuen Angriff, also meinen neuen Angriff der Gardein. 37. Kann man nicht meckern, muss ich sagen. Es ist nicht gut, ist auch nicht schlecht. So, was haben die GFs? Da fehlt noch was, da fehlt noch was. Da fehlt auch noch was. Dafür noch 3. Und dafür noch 14. Okay. Da hat er noch ein bisschen. Da fehlt nur noch 4. Das sieht dann aus. Eigentlich bin ich sehr schnell im Drücken. Aber ja, hier nimmt der Controller oder ich weiß es nicht. Nicht so schnell an. dass ich schon mal... meistens schaffe ich bei den meisten... eigentlich alle GF... auf... 250. Aber ich hab keine Ahnung... woran das jetzt liegt. Also muss ich... so schnell wie es geht... ohne... wie ich es... und mein Bruder meistens nenn ich Japano-Finger. vielleicht geht es auf kastatur schneller aber da bin ich mir wirklich hey eigentlich ist es schlafen zeitwähig schade 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 naja man kann nicht alles haben also playstation ging sehr viel schneller weil wir hier denkt dass ich das will ich nicht schläft das gute sehr gut ein bisschen überstehen dem fahrt dass diabolos wenig noch zeitwandler lernen kann aber das trägt schon ziemlich auf dass er es nicht so machen wie ich will also langsam kann er ja auch mal stellen das ist wie ich es normalerweise tun oder auf pläse getan dann dass ich durchdrucken es ist keine ahnung und das war's für ihn die noch knochen dann hatte ich vorher übersehen zeitwandler ich bin jetzt starker war level part wenn man so will wie immer wird es euch gefallen abgeben dann hoch das ganze kritik da damit ich weiß was ich besser machen kann und haut raus